Geheimnisfach Verdammt, dafür brauchen wir Elgors Lagerschlüssel Und Elgors Lagerschlüssel haben wir noch nicht McCase Einheit Da kommen wir auch noch nicht rein, aber die Kaufhülle können wir betreten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Wattes Wattes, mein Freund, du hast echte Probleme, mein Kumpel Der hat echte Probleme, der Kumpel Ach du Scheiße Ach du Kacke Okay Und er ist auf der Herkunft nach Mysterion Who is he? Ah, geiler Scheiß Da haben wir Geld Kopf von Powell Okay, ein Photon Bild von Mysterion Und was, was, Eichhörnchen Nase Ja, butters, wir wissen nicht, dass du's bist Nein, das wissen wir nicht Geld, Tempotrank und Rolle Alufolie Nein, butters, das bist du nicht, ne Ich bist ganz bestimmt nicht du Moment, was ist das denn da oben Verdammt, ich komm nicht so weit Jetzt aber Scheiße Komm ich nicht dran Und jeder weiß, er heißt butters Ey, komm Ich möchte hier hinten an die Leiter Warum bleib ich nicht da hinten an die Leiter Wollen wir das irgendjemand verraten? Ach so Das wusste ich Aha, noch ein schön Pokémon Ich frag mich grad übrigens, ob ich überhaupt Errungenschaften kriegen kann Weil, ne, deutsches Team, amerikanisches Spiel und Also bis jetzt habe ich nämlich noch keine Errungenschaften gekriegt So wie ich es verfolgt habe Und das finde ich leider sehr schade Weil Ich würde doch gerne Errungenschaften kriegen Aber Kann auch sein, dass ich dafür bis Zur Vollversion erwarten muss für die Deutschen Die es vielleicht nie geben wird Weil Uncut und Zensur und Oh, was weiß ich für ein Scheiß Und ich möchte die Analsonden gerne mit dabei haben Weil Ne Ich will Analsonden Weil ich habe das Spiel mit Analsonden gekauft Also möchte ich jetzt auch meine Analsonden Oh, meine Nachricht von Token Ja, mein Freund Ich gehöre so klasse der Heiler Du kannst mich nicht einfach zum Schmied ändern, Cartman Kämpf nicht dagegen an, Token Du bist der geborene Schmied Ich schaue dich nur an und denke Schmied Verstehst du? Keine Ahnung warum What the fuck, Cartman Wohin müssen wir eigentlich? Ach, da oben für El Gore Da unten für Mr. Slave Und da unten für Tweaks Ding Ne? Gut Ach, dann kümmern wir uns mal eben noch mit um El Gore Weil wir nicht ja mögen Oh Lass da Vielleicht kommt man da rein? Darf man da rein? Geil, man darf da rein Hahaha Penner geschlagen Ich bin so ein brutaler Draufgänger Yo, Dog Can't I just go right back home after the flight So I don't get grounded? Yeah Der Penner brennt erstmal Ich mag's, wenn der Penner brennt So, die Rad machen wir so platt Und BAM Boah, ich liebe das Spiel einfach Ich glaube, ich bin wirklich zu laut Ach ja, ich muss ja blocken Ich muss ja blocken Wir haben's verjassen Ich ganz vergesst, dass ich blocken muss Sorry Voll verpennt Aber haben wir ja geschafft Wir haben den Penner einfach mal eiskalt Oh Zusammengeschlagen Nehmen Geld Machtrang Und zwei benutze Spritzen Guter Tag Benutze Spritzen Bedeutet immer guter Tag Und Ja Hi Falls hier irgendjemand Neues dabei ist Ich bin immer noch Feldo Ne Ich nehm Aufnahmesession auf Und Warum sag ich das jedes Mal? Als ob ihr das nicht wissen würdet Oder als ob ihr das nicht erkennen würdet Ah, schöne Mucke Echt schöne Mucke Ich kann überhaupt nicht das Lied mitpfeifen Aber ich tue trotzdem mal so als ob Ja, und da muss ich jetzt sagen Ein Hoch darauf, dass ich mir doch noch andere Let's Play angucke Ich kenne so ein paar Quests Ein paar Quests haben die nicht, die ich hab Und andersrum Also Ich Das hier mit Elgore Das wusste ich jetzt schon Dass der Elgore an den Watter Han muss Hätte ich natürlich auch nachgucken können Nein Ja, hätte ich nachgucken können So im Questplot aber Ja, ich bin ja schon dabei Meine Fresse Butters Du bist aber auch so ein kleiner Nimmersack, ne Dann rennen wir einfach eben runter zu Kenny Dabei noch vorbei an Mr. Slave's Haus Ah, super Ach du Scheiße Was war das denn? Das wollte ich doch gar nicht sehen Ja, schön Butters Ich hab grad einen nackten Mann mit einem Pferd gesehen Das ist Verstörend Das wollte ich nicht sehen Oh Gott Wie soll ich damit umgehen? Ah Hihi Okay, also jetzt haben wir mit Mr. Slave's genau dasselbe Ding Wie wir es mit Äh Mr. Kim haben Wir können ihn rufen Also als Beschwörung Und er kann dann ordentlich was mitmachen Können wir uns auch freuen Was wir da zu sehen bekommen Ich hab nämlich keinen Plan So, hier haben wir ein bisschen Haltrank und so Ja, Beavis und Butt-Head Uh, Mr. Slave's Schlafzimmer Mit sehr viel Frau Kleines Million und Ankerbad Das ist schön Und so ein Wecker ist auf 12 Uhr stehen blieben Scheint mir Fast Ui Rennen wir wieder raus Und erstmal O Weil wir haben hier noch ein bisschen was drin So Sind wir alles durch Und hier haben wir eine ganze Menge Sind wir durch Sind wir durch Sind wir durch Sind wir durch Gut Dann haben wir noch eine Fähigkeit hier So ein Vorteil zu Ding Weil Mehr Freunde Kann man das jetzt nochmal ausbessern? Ne, das kann man nicht nochmal ausbessern Wenn du schwer verletzt bist Schau schon zu den anderen mit Fügen zu solchen Schaden zu Ja, wir arbeiten auch eine Menge mit dem Bogen Also Bringt extra Bogenschaden auch was Ne Also Ist schon gut gemacht worden Ne Find ich Ne Bäm Blumtopf Kaputt Und Slays Garage öffnen Hab ich auch immer Also ich hab auch solche Ketten bei mir zu Hause hängen Oh Gott Ich möchte den weg Nicht, dass ich was gegen Die Schwule Gemeinde hätte Aber Mich persönlich so Extrem mit denen Zusammengeschlagen Ist es da oben Und er ist der Pirate-König Ist ja süß Oh Schädel und der mexikanische Glotzfrosch Okay Rahmen können wir nicht abknallen Was ist das denn da Kann man da was machen Tatsache Da haben wir Geld Und einen Wasserballon drin Boah Okay Und da wir ja schon einmal Mädchenschläger waren Warum nicht nochmal Das sind Piraten Schlagen wir mal kleine Kinder zusammen Boah Bin ich ein gutes Vorbild Lacht immer auf den Ball Und Hau Bäm 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 Ha 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 Boah Fuck sind wir brutal Einmal eben so ein kleines Kind Zusammengeschlagen Ach du Kacke Du Scheiße Sind wir einfach mal brutal Ja Meine Stimme fuck Gerade schon wieder Deswegen Voll lauter Freude Ich weiß übrigens woran das liegt Ich bin heiser Gewesen Vom zu vielen Schreien Weil Scheiße War eigentlich zu früh Aber Ne perfekt Einfach Piraten zusammengeschlagen Die haben uns bedroht Habt ihr genau gesehen Die haben uns bedroht Jetzt müssen wir die kleinen suchen Äh Äh Prank ist so hot Like he just doesn't give a fuck Karme gimme a swirly in that public bathroom over there Weren't you An What kind of monster are you? Gross Finde ich ja lustig Er ist beeindruckt Weil ich seinen Tyler kaputt gemacht hab Moment mal Da war was da War was da Hab ich doch was gesehen Die Fellkatze Wir sind schon Nochmal Nochmal Treffen Ja Ich glaub das hat Ne haben wir noch Benommen getroffen Jo Alle sind benommen Alle sind benommen Dann spielen wir auch einfach mal Ne Runde Baseball Ich liebe immer noch diese Kampfmusik Diesen Kampfmusik Ey Ich Ich kauf voll großdeutsch Ey Weiß mal Ich kampf so präzise deutsch Ich Ich bin voll begeistert Also sorry Harter Arbeitstag Ich nehm schon wieder an einem Arbeitstag auf Und muss morgen wieder los Ist mir aber so Gackegal Wollen wir das nochmal versuchen Mit dem Knochenbrecher Ja Wir versuchen es nochmal Wow Also der kann auch nicht was einstecken Der andere ist aber schon am Boden Zerstört Bogenschüsse mag ich nicht so sehr Deswegen ist er weg Reflexionshaltung Alter Der hat Butter aber reingelönt Reflexionshaltung Wir haben immer noch einen Guten Anderen Typen Wir sind nicht noch Der Kampf war angelegt Ne Er erhöht wieder seine Rüstung Der Spast Oh Gott Der hat Butler's Verlanzamt You must die Hab ich persönlich gehofft Okay Was hat er von Butler's? Nein wir waren nicht zu hart Butler's mal ehrlich Die waren gemein zu uns Und Kinder die gemein zu uns sind Die schlagen wir zusammen So Sind die Regeln der Straße Und Gorken Glassplitter Gasthaus Die haben ein Gasthaus Die hatte geschlagen Ähm okay Dann gehen wir von da rein Kann ja nicht schaden Und ich brauch trinken Popschutz Weil ich hab dazu Auf das letzte mal reingeprüst Wird mir aufgefallen Wird er erschossen Ähm brief Ja so klein So unbedeutend Und die treten Mit so nem Pümpel an Ist ja auch lustig Oh oh Wollen wir ihn mal ausprobieren Wollen Na ich wollte nicht Ach so Wollen wir ihn mal ausprobieren Wir probieren ihn einfach mal aus Wir probieren ihn einfach mal aus Ach du Scheiße Okay Mr. Slave ist cool Mr. Slave ist definitiv cool Ach du Scheiße Hat er den sich grad Wie er es sonst so gerne macht Er hat ihn sich in den Arsch geschoben Wer hat ihn sich in den Arsch Ach du Heilige Maria Mutter Gottes Oh Wow Nicht schlecht der Specht Nicht schlecht Oh wir haben Tragehemd Ich hab grad das Feuer schon ausgedreht Weil logisch Wenn da so ein Propan-Gast-Tank steht Das da Uh It's a better Der wollte mich treten Ich hab zuerst geschlagen Verbrennen wir ihn erst einmal Jupp Der brennt Dann kommt noch einmal mit seinem Butters mit seinem Hammer der Gerechtigkeit Es funktioniert Butters Es funktioniert Jupp Einmal abgeblockt Klicke immer mit der linken Maustaste Wenn die Faust nach unten geht Machen wir Und bezäubt auch noch Ach du Scheiße Also das mit müssen wir schlagen Müssen wir uns merken Könnte nützlich werden Und da brennt ja noch so schön vor sich her Rügeln wir ihn einfach mal windelweich Wie so ein ordentlicher Kopf Scheiße Ich dachte das funktioniert Dann macht das Watt das einfach Wie der ordentliche Org Der ich eigentlich sein wollte Aber nicht Ja Penner geschlagen Warum rennt er mit dieser Höhne Und kürt er auf mich Tollwütiger Schrottplatzhund Okay Der brennt jetzt erst einmal Wart das Hammer der Gerechtigkeit War das der Sporateste schon Verdammt Angefogringert Brennen wir den einfach mal windelweich Also läuft Das läuft ja Also der Der Hund hat doch nicht gerade Wirklich das gemacht Was ich denke Was der Hund gemacht hat Doch der Hund hat das gemacht Was ich denke Was der Hund gemacht hat Alter Das Spiel ist immer nur so eklig An manchen Stellen Aber es lohnt sich Mal ehrlich Hallo Ich möchte nicht Da hinten die Tasche Ich möchte hier vorne gerne Den Penner ausnehmen Ähm Okay Da hinten haben wir Krocken Ekelge Kleine Dreckige Da hinten ist was Ich möchte nicht mehr Ich möchte nicht mehr Vielen Dank.